So, heute machen wir noch mal ein bisschen Krieg und dann filmen wir die Sachen mal dabei. Also einen sogenannten Pornohotel mehr. Hier machen wir das mal aus, den Monitor. So, Boot fahren. Handy mal auf Offline stellen, damit das noch irgendwas stört. So, Boot fahren, Boot fahren, Boot fahren. Wo müssen wir noch hin? Hey, guck mal, wir fahren mal naiv. E-W-E-N-T-I-N-Y. Ach, Fahr 15 ist schon gern abgeschossen. Macht noch einen drückten. Hallo. Also wollte ich begrüßen. So, wo ist hier eh? Hier machen wir irgendwo mal. Eieieieiei, da sind wir mal voll die Päne. Ja. Wenn wir festfangen, ich würde schon... So. Dann hören wir mal Erster hier. Wir sehen nun schon wie Erster. Na, hopp! Da bin ich nicht, da bin ich zu da rauf! Ah, ich hab mich draußen! Hallo! Hallo, hallo! Kaulahein! Ich hab nicht Kontakt zu den freundlichen Knut! Nördliche Kellerposition! Hey, mein Fahrzeug ist beschädigt! Ich brauche einen Mechaniker! Was ist denn hier da? Da musste da eine Kurve fliegen, oder? Alter! Sauen! Ich muss schon regnen, oder meine schon was? Da war doch grad was, ein Fahrzeug. Was ist denn hier? Ah, ich hab sie angeholt. Ich hab sie gekürt, hier nur Faltfahrzeug. Norddeutscherdсти Mal wie total da oben und... Ich hab sie schon noch an! Oh, ich hab sie schon wieder da oben. So, Alter, nicht gut mehr. Wer will ich denn da eh holen? E ist meins. 1x3 meins. Alter, jetzt nicht weit bis ich kommen will. Oh, Alter! So, wie geht es? Oh, Alter, ich bin nicht mehr. Komm herr, komm herr, komm herr, komm herr. Ich weiß nicht, ich habe 6-0, ich habe die Cheater hier. Oh! Oh, 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 oh. Mines! Also, Teddy! Ein paar Flicks, mein gutes Boot, mein Gott, sagt Mariela. Ab! Jetzt schießt der Mischer noch ab. Wir sind doch alle nicht mehr ganz dicht im Kopf, ja? Warte mal, Herr Vetter! Hätte jetzt die Marge gemacht. Das ist doch nicht der Marge. Sie sind schon wieder tot. Sei doch halb böse. Aha! Aha! Du bist ein Gägerflieger, du bist ein Gägerflieger, du bist ein Gägerflieger! Bum 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 Das wollen wir mal in den Rauch machen. Guck mal, so weit oben bin ich. Ich kann ja nicht mit dem Tronis rumfliegen, dann wird er doch geil. Oh, der ist ja gut, der ist ja gut. Da ist am Boden noch ein kleines Boot. Vielleicht müsste der Spa, der fliegen irgendwie gehen. Ich kann nicht mit dem Kopf fallen, oder? Kaputt! Denny ist in der Haus, Denny ist in der Haus. Können wir doch fetter, da gibt es doch nichts. Wir brauchen aber langsam mal irgendwas. Jetzt haben wir immer noch Laufen. Da gibt es ja nicht. Gibt es doch nicht Laufen. Die ist so Laufen, sie ist so, dass er wirklich Laufen ist. Ska, ich habe den Schleifern gesehen. Da müssen wir jetzt nachher trüben. Jetzt haben sie weit laufen. Oh Gott, die erlauben. Aber jetzt immer noch fetter, der fudelt sich doch hoch den Sparvorkehr. So Mädels, was haben wir dann hier so? Jetzt ist der Flieger wieder weg. Steige Strafe. Lauf voll. So, jetzt machen wir mal ein Seefärtschen. Ein Seefärtschen. Jetzt kommen wir wieder auf der Haut. Ich hab Angst. Ich steige aber einmal ein, hier zwei. Ist das doch schön? Ja. Ich versuchte nur mal irgendwie ein dickes Boot. Ich will mal ins Geschirr. Da machen wir mal Dicken hier. Wir müssen mal das kleine Bötchen an. Da muss eine Maschine gewertigen. Ich guck' ob das noch was bringt. Guck mal, bitte mal bis dahin ey. Sind die dann so geil auf meinen nackten Körper oder wie? Die haben es doch alle nicht mehr alle leer. Da hinten am Dach oder? Da hinten am Regnen. Jetzt machen wir die Sachen mal aus der Luft. Aus der Luft, aus der Luft. Aus dem Gießenjäger. Aus der Luft. 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 Gibt's doch nicht. Wenn man das Ding noch erst anlegen muss. Dass ich mein Ding angelegt habe. Das dauert immer eine Zeit lang. Aber das ist nämlich so groß. Ja, ja, ja. Das kann ich mal an sehen. Mal sehen, dass ich hier bin. Das war nicht so groß. Das war nicht so groß. Achtung, Achtung! Oh, da war eine Knallerbsen! Oder war das eine Donner oder eine Gewege? Ah! Hobi, nur weil ich dich jetzt abgeschossen habe. Denkst du, du müsstest mich abschießen? Ich muss gerade mein Handy mal online machen. Ich sehe da etwas. Ich habe mir die Corona-App aufgeladen. Da steht gerade, es ist wieder fort. Da stand doch gerade irgendwas. Ich weiß zwar nicht, was. Hauptsache, was. Hm, was weiß ich. Soll ich wieder offline machen. So, Schätzelein, was haben wir dann jetzt hier so? 14, 18, 5k. Das sind dann dafür Schwachsinnszahlen. 15, 255. Ut 450. Wie auch der Einz600. Allиз colliert wird auf 9 bis�� 2815. Und hier ist immer markierbar. Wegen schmerzt den Planen! So, was ist jetzt hier los? Benachrichtigung zur möglichen Begegnung mit Infizierten sind... Bluetooth aktivieren. Achso, weil ich offline bin. Aaaaah, dieser scheiß Furz hier. Furzilein ging ja nahe um den weiten Furzilein. Pfff! Ramroad! Oh, der ist... Kennen die auch den Ramroad? Kann den Spruch nicht nachmachen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nur, ich hätte gern mal ein Boot. Er ruft mir der Verfolgungsherrn. Wohl, ein Deutsch hier. Ah, ist das, glaube ich. Ich glaube, das ist doch keiner eingenommen hier. Jetzt bin ich dreimal gestorben hier. Ihr vuddelt doch. Der Ramroad ist schon eine starke Infanterie hier. Der Ramroad. Ramroad. Och nee, jetzt warte ich doch mal hier. Du Kotzschuchz. Ja. Das ist nicht, wie man sich ausschwänzt. Auf geht's! Das ist nicht bei mir scheiß feinlicher Schamtschütter zu sein! Oh Gott, kann man ja nicht reparieren, wie die hier kaputt gemacht wird! Ich bin nicht hier... wie oft bin ich jetzt gestorben? Fünf, sechs Mal nacheinander, ohne dass ich mein eigenes, richtiges Fahrzeug hatte! Ist doch nicht normal hier... Muss ich mir jetzt mal weiter aufhalten... Aber aufhalten! Was macht der denn der Lukas? Da liegt der einfach auf dem Stein drum... Einfach auf dem Stein! Einfach auf dem Stein... Einfach auf dem Stein... Der Corona hat mir besser sind... Guck dir mal die Rangliste an! Boot, endlich! Ich... Verrufe A hin... Nach B... Du hast direkt meine Bobbesgeschäfte hier... Ich hab nicht weiß, wo der herkommt... Was... Beobachtungsgeräusche Hast du den Knall noch nicht gehört, der Chefrex? Doch, schon nicht! Komm nicht hier, ja! Deine aktuelle Position ist 20-Jährigen-Kopter. Hau da, hau schon wie. Ich hab Sichtvertrag zu dem freisesten Fuß. Bekrieg sich deiner aktuellen Stellung. Wir sind in der aktuellen Position. Wir sind in der aktuellen Position. Wir sind in der aktuellen Position. Wir haben alles tatsächlich angekommen. Ich habe nicht Kontakt zu dem Fahrrad in den Norden. So, ich habe das gar nicht so gut. So, jetzt fahre ich mal mehr links. Das ist immer so mein Ding. Wir sind also nicht so weit in der Mitte, bis so weiter links. So ein D entlang. Wir wurden da ein Boot. Da war ein Boot durch. Wo ist er da eigentlich drin? Noch einmal rein. Da ist nichts genau, dann ist das nichts schwer. Wir sind in der aktuellen Position. Warte, warte. Warte, habe ich Bier zu mir bei mir drin? Danke. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich kenne das schon. Das war ein Spezial. Oh, das ist ein Spiel. Pup, 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 pup. Oh, wir achten, wir sind. Wir haben die Zeug. Der hat nur ein Schaf geschossen. Dann alle immer auf mich. Hm, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Dann machen wir ihn schnell sein. Wurde, wurde, wurde. Wurde, 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 wurde! Wurde, 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 wurde. Ich denke, ich schaue die Forder-Forder-Forder-Forder-Forder-Forder. No! Oh, leise. Ich habe ihn ausgeschoben. Ich schläge noch mehr. Mike's on. Was ist jetzt? Du bist ja so. Du stefan, nicht? Da hätte mir mal viel gefehlt, da waren nur noch ein paar Meter. Aber ich bleibe jetzt mal hier ausrum gegessen. Da war doch so ein Ding bei der Flugzeuge, das ist mein Stattdorger, oder? Das ist ein Ding bei der Flugzeuge. Das gibt es nicht. Da hätte ich mir wohl denken, dass wenn man sich in den Bunker setzt, wenn ein Boot kommt, dass man dann verwachsen ist. Das ist ein Ding bei der Flugzeuge. Da ist ein feindliches Boot. Ich bin auf den zweiten Platz gerückt. Aber in zwei den meisten Kills. Ach, das ist geil. Oh, gut. Ich freue mich. 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 Ich hoop Angst ist hier noch einer. das war's doch So, ich verkeh mich mal ein bisschen an der Bleichschnappe. Kameran, warte tief, warte leise, warte langsam. Oh, ciao, haha. Warte, warte, warte. Oh, tja, haha, ganz am Flutschen hier Ja, hochmut kommt hier gewöhnlich vor dem Fall Und ich war ganz hoch gerade, oh, ich bin ja in den Wolken geflogen, so hoch war ich So hoch war ich So, aber jetzt kommst du ganz in die Wunder Ich will dich und ich will dich Ich hab dich Was hast du denn dran, wie du denn abwagert Ich weiß nicht, Bull Der Bull Komm mal hier nach hinten zum Abballern Na, mach mal Komm mal hier nach hinten Komm mal hier nach hinten Komm mal hier nach hinten Ich bin jetzt mal auf die Insel Die Insel mit zwei Bergen Das ist genau 20 Uhr Ich habe ihn mit ihm geholfen, ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich weiß nicht, dass ich hier in Ruhe bin. Dann gehen wir mal auf den Rücken. Da ist noch ein Flank. Das ist ein ganzes Wander. Ah, das Pulli! Der Pulli, der hat Gas. Wir müssen ihn ja verlieren. Oh, die Klappe, weil man weniger hat. Na ja. Ach, ich hab die Seite gewechselt. Ach nee, der ist doch gefuddelt, der. So, dann haben wir dann den Squad. Ach, ich muss da eh kurz gehen. Eh mein Ding. Ja, das ist schon wie. Hm? Hm? Zeilen, Zeilen in den Brot. Zeilen nicht in der Position. Genau in meiner Nähe. Gut. Ja. Ey, wo war er dann? Der jetzt kommt zu der 8 und halb 9 kommt einer vorbei. Wehe, der kommt jetzt nicht. Oder der kommt jetzt, meine ich. Hm. Hm. Wo war denn hin? D. D wie Dicke Ditten. Der ist dann schon alles da bei D wie Dicke Ditten. Oh, okay. Da sind wir jetzt schon weit Dicke Ditten gelegt. Ich hab die Kontrolle mit feindlichen Panzerjäger ziemlich verliebt. Ich hab den feindlichen Panzer angerichtet. Ich hab ein feindliches Panzer, haben wir Soldaten gesichtet. An alle, einladen zu viel Schadensbode neutralisiert. Ich hab einen feindlichen Soldaten gerichtet. Wir haben gerade die Kontrolle zu beeindrucken, viel Schadensbode. Wie kennt ihr diese Sprache? Die ist genial. Die kann man mit allem sprechen. Also wenn man da nicht heißt, so wie ich, dann kann man die nicht sprechen. Wenn man das nicht so heißt, dann kann man die nicht sprechen. Hm. Oh! Und ... Ich muss noch so ein graues liegen, ja? Putt, 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 putt. Was kommt ihr damit? Was ist das? Ja, wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Delta überlaufen. Aber jetzt bist du da jetzt. Du glaubst doch wohl auch nicht, dass du mich jetzt kriegst. Warte, ich reparier die Karte. Verteil dich nicht im Einsatzziel. Es läuft. Ich fließe raus hier. 13.000 und 1.000. Warte, 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 warte. OCH MANN, ey! Tja, bravo! Ist besser, hast ja recht. Aber ich krieg dich noch, ich hab's mir gut eingeholt. Halt dich, Herr Scharfschützer! Guck mal, ey! Wird los! Wir haben gerade Einsatzstil Charlie neutralisieren! Halt dich, Herr Scharfschützer! Festleg deine aktuellen Position! Wir sind in die Dries, ja. Das hat ihn in die Dries, ja. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzstil Bravo verloren. Wir sind in die Dries, ja. Wir sind in die Dries, ja. Wir sind in die Dries! Ahhhh! Da ist es Yellow! Wie ist es da, blitz? Gut! Yellow, Yellow! I have not seen echo, but I have not seen yet. Hello, hello. I have a ship that's heading. I have a ship that's heading, I have a ship that's heading. I have a ship that's heading. I have to go. Soja, war ja sowas von klar hier. Komm jetzt macht den Brausam, dann ist wieder ein Ende hier. Ich brauch eine gar nicht mehr aufgeben hier, dann kommen wir mal zu Arten. Ich seh den Tag nicht unterdacht, greif nach Einsatzstiel Asien. Herr, Einsatzstiel Alpha ist jetzt unter unserer Kontrolle. Dann kommt auch ein paar Minuten wo da war. Dann werde ich das anziehen und da nach lange ist. Ich habe keine Stegen des Streams. Ich habe keine Stegen. ... Ah ja! Da ja! So ist das hier, ja? Der scheint gleich der Sonne. Gut, gut. Das Boot ist gut. Letztes Board wieder gelegt. Ich fiege nicht auf. Ich habe den feindlichen Helikopter gedichtet. Komm zurück! Komm sofort wieder her! Achtung! Einsatz in Delta! Ich bin dauernd nicht. Ah, ich bin leider von. Kommt nur zum Haarschreiten! Wir haben Einsatzziele einfach verloren! Wir haben Einsatzziele einfach verloren! Weisenkopf! Wir schaffen flame, ein Jet gerichtet! Einsatzziele Bravo wurde gerade neutralisiert. Jungs! Hier ist ja auch Eko, Eko Freco-Lein, aber du packt, ja, Schänzelein, das war ja nochmal ein passantes Spiel. So, hier ist ja, sag mal, hier, in diesem Sinne.